Ja, mein Name ist Liz Baffo, ich bin Schauspielerin. Viele werden mich unter anderem aus der Lindenstraße, Schloss Einstein, Tartort und diversen anderen Filmen kennen. Ich bin Ben Schneider, ich bin Inhaber von NOW Personal Training, einer Personal Training Agentur in Köln und somit der Personal Trainer von Liz Baffo und freue mich sehr auf die Vorbereitung. Ich möchte den Halbmarathon in Köln laufen und ich laufe persönlich sehr, sehr gerne und ich möchte das jetzt mal in einem Wettbewerb herausfinden, ob ich es schaffe, wie ich es schaffe und dass ich es schaffe, davon gehe ich aus, weil ich ja einen guten Trainer an meiner Seite habe und darauf freue ich mich. Wir haben ja jetzt gerade einen Stufentest gemacht, wo wir dann die Herzöckfans protokolliert haben nach jeder Stufe als auch den Laktatwert, welche Aussage darüber gibt, ob man noch wirklich im Fettstoffwechselbereich ist oder auch schon im Kohlenhydratstoffwechselbereich. Liz hat sich ganz gut geschlagen. Natürlich merke ich natürlich auch, die Werte waren recht entspannt vom Laktatwert her. Es gibt Athleten, die können durchaus auch bei diesen Bereichen, in diesen Bereichen sogar einen Halbmarathon bis Marathon laufen. Es fehlt ja halt noch so ein bisschen die Athletik und die Bereitschaft des Körpers, im Grunde das Tempo länger zu halten. Daran arbeiten wir ja eh. Es ist einiges gewesen, es war schon recht hartes Training, muss ich schon sagen. Also ich fühle mich gut und es hat Spaß gemacht, aber man merkt, man hat noch Defizite, die mir ausgleichen müssen. Also ich bin noch nicht fit für die nächsten Olympischen Spiele, da muss ich noch was dran tun. Alles in allem, natürlich ist es ausbaufähig, weil sonst würden wir hier nicht stehen, ist ganz klar, aber es sind die Grundlagen da, würde ich sagen, in diesem Zeitraum auch sicher und gesund den Halbmarathon zu schaffen.